Ich habe die Schuhe nicht abgezogen, also tut mir leid, ich bin einfach reingetrampet, aber ich kann sie schon abziehen. Dir wäre es, gell, ich merke es. Ja, es ist einfach, oder? Aha. Wäre es so etwas menschlicher für den Umgang? Weisst du was, komm. Der soll es abziehen, ja. Zieh doch dich. Ja, ja. Also. Das ist schön, ja. Schön. Ja, schön. Ich bin gleich verklärt. Ohne es zu sagen. Genau. Sonst kann man einfach sagen, ... ... ... ... ... ... ... ... ... Das Gegenteil von Eingaben. Also, weiter. Was wir jetzt noch brauchen, ist eure Lösung. Und hoffentlich ist sie richtig. Schreibt sie einfach unten in die Kommentarzeilen. Es gibt ganz viele Sachen zu gewinnen. Zum Beispiel eine Durchführung durch die Grosshöchstätte zusammen mit Hans-Jörg und Margrit. Oder Billett an die Premiere im Gemeindesaal zur Grosshöchstätte, vom Experiment Schneuli, der dritten Staffel. Und die grosse Kinopremiere, die wird auch verlost, da gibt es auch Billett, die ist dann in Bern im Kinorex. Wir drücken eure Daumen und viel, viel Glück. Danke fürs Mitmachen. Das sind Herr und Frau Schneuli. Sie kommen im Fernsehen. Und sie sind enorm stolz darauf. In jeder Folge erleben sie etwas Neues. ... ...